Ach, was für ein schönes Feuer hier bei Robocop Rogue City, Freunde. Und mein Name ist Melek, falls ihr natürlich den Kanal nicht abonniert habt, dann lasst auch natürlich sehr, sehr gerne ein Abo und ein Like da. Freunde, los geht's, wir müssen hier den Ghost House erreichen, das Geisterhaus, ist es zumindest das jetzt hier, in dieser neuen Folge. Ich bin auf dem Weg, los geht's, da wollen wir mal reingehen. Ich bin gespannt, was auf uns wartet, ich weiß es nicht und bin gespannt. Und das Game ist noch einmal vielleicht gesagt, das ist die Demo, aber dennoch ist das Gameplay bislang richtig geil. Was ist jetzt los? Wir haben ja in der letzten Folge so einen Typen gepackt, der irgendwie Graffitis gemacht hat an der Wand. Was ist mit dem los? Einmal einfach Kopfschuss geben. Es sind natürlich mehrere. Oha, lol, schöner erleben. Lol. Was geht bei dem da oben ab? Einmal H drücken, um sich selbst zu reparieren. Lol, was ging dem bei dem oben ab? Lol. Nimm mal kurz die Waffe hier auf. Wer schießt denn jetzt auf mich? Und von wo? Ach! Einfach von oben, oder was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ey, gab's ja wohl selbst nicht hier. Alter Schwede. Unverschämt hier. Aber ich bin fast draufgegangen gerade, ohne Scheiß. Fängt ja schon mal gut an hier, ehrlich gesagt. So, warte mal, wir heilen uns erstmal hier. Oh, Junge, dieses Game. Ich frag mich ja wirklich, ob das hier, ja, ob das irgendwie indiziert wird, das Spiel oder so, teilweise. Und ich mein jetzt wirklich ernst, weil es gibt hier bei YouTube oder auch einfach in Deutschland ist es so, dass sehr viele Games einfach indiziert werden. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr überlegt, dass Hitman 1 auch indiziert wurde. Damals. Was ist ein Witz ist das? Ich find das jetzt nicht zu brutal, ehrlich gesagt, aber man weiß es halt nie. Trotzdem krass so, ne? Mit dem Blut und so. Eigentlich. Ich hätt sogar vielleicht gesagt, es ist zu brutal. Ich hätt, also meine Meinung nach. Ich schieß mit 80 auf den Kopf, ehrlich gesagt. Ob der Kopf platzt immer so schön. Immer schön auf den Kopf. Das macht doppelt so viel Schaden. Hoffe ich zumindest. Und Musik und so passt auch bislang, muss ich sagen. Also es ist jetzt kein Spiel, wo ich selber sage, was habt ihr euch dabei gedacht? Wirklich null. Also, das muss man wirklich sagen hier an der Stelle. So, hier gibt's glaube ich nichts. Kann ich irgendwo hoch? Was ist hier? Nichts außer eine Toilette. Außer eine Toilette und paar Items hier. Aber sonst auch nichts. Gar nichts. So, hier ist glaube ich eine Leiter, oder? Ähm. Ich will den nutzen. Warte mal, ich glaube ich kann hier so rüber, oder? Hier rüber? Ne. Da rüber? Ne. Ich guck mal weiter hier. Vielleicht gibt's hier andere Wege. Was mit der Tür? Okay, da kann ich auch nicht lang. Oh mein Gott. Hey, Digga, bin mal ein Bino. Oh mein Gott. Hier? Auch nicht. Okay, dann geh ich mal hier runter. Was für ein komisches Haus. Warte mal, von hier sind wir doch gekommen. Warte mal, wenn ich jetzt hier so lang gehe. Das kann ja eigentlich nur nach oben gehen, wenn da so viele Gegner gewesen sind, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Weil hier ist ja jetzt nichts. Dann gehe ich hier hoch. Dann kann ich doch hier irgendwas kaputt machen, oder? Nee, auch nichts. Hier ist diese Tür aufgegangen. Warte mal, hier ist irgendwas hinter. Oh mein Gott, wir haben es kaputt gemacht. Wir haben hier die Tür aufgelassen. Das kann ich dein Ernst sein. Nein. Krank. Krank, wirklich krank. Wirklich gestört. So, was ist das? Ähm. Kommt noch wer? Ich glaube, wir kriegen Besuch, oder? Wer schießt denn auf mich? Ach, von oben. Lol. Was für ein Eselkopf. Er wollte mich von oben abschießen. Lol. Er wollte mich von oben abschießen. Lol. So, wartet mal. Ich muss doch hier irgendwas machen, oder nicht? Hier steht doch was drauf. Ich komme nicht hier runter. Oh mein Gott. Bin ich tot? Nee. Wartet mal, Freunde. Hä? Wo ist der Typ langgegangen? Warte mal, ich drücke mal hier drauf. Vitalität Level 2. Recried. Okay, dann brauche ich Vitalitätsschufe 2. Habe ich aber nicht. Dafür gehen wir hier rein. Hi. Oha. Der Typ ist tot. Nein, 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 nein. Scheiß Granate. Und hier auch nochmal rein. Zack. Bams. So, Kollege. Junge, ist das... Voll brutal, ehrlich. Sagt, was ihr wollt. Nimm alles mit, was es gibt. Die haben hier das Geschichtszurm genutzt, ne? Die Penner. Also wirklich krass gemacht. Muss man wirklich sagen. Wie in dem Film, beziehungsweise in der Serie. Wirklich jetzt. Kein Scherz. Oha. Oha. Die Grafik gefällt mir auch. Ich weiß nicht, wie du normalerweise operierst. Aber dieser Typ von Informationen kommt nicht frei. Was? Äh, es ist deine Pflicht zu helfen. Es ist ein Privilege und ein Merit für die Bevölkerung zu helfen, die Polizei zu helfen, die Polizei zu helfen. Well said. Uh, what can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, uh, get out of here, huh? Lewis. Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. Eh, and you guessed it. There's a funny story behind that name. It's one time. I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know. But it turned out to be groceries. Ja, ich könnte jetzt alles übersetzen, aber ich mach das nicht, Freunde. Wir machen direkt mit dem Gameplay weiter, damit ihr euch nicht langweilig hier an der Stelle. Wobei auch einige sicherlich auch sehr gut Englisch von euch können. Keine Frage, will ich gar nicht ausschließen oder so. Aber ich will euch auch nicht jetzt damit irgendwie langweilen, wenn der die ganze Zeit auf Englisch redet. Deswegen habe ich halt auch gesagt, auf Deutsch wäre es gut gewesen, wenn die Synchro auf Deutsch hätten oder so, ne. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier entlang. Escort Pickles out. Aber warum kommt der Typ nicht hinterher, der Pimmel? Hallo? Ach so, er kommt doch. Ein bisschen langsam. Tut mir leid, du bist ein bisschen langsam. Ein bisschen nur. Darauf trinken wir natürlich meinen Tee. Oha, ich höre Polizeiwagen. So, ich glaube, wir müssen hier. Leave the ghost house. Wir müssen einmal aus dem Haus raus. Mal schauen. Hm. Ja komm, ganz ehrlich, laber mich nicht was. Sorry, aber du laberst mir zu viel. Ich hab das jetzt einfach übersprungen, Freunde, nicht wundern. Das war jetzt mir ein bisschen zu viel. Wie gesagt, es ist halt nämlich auf Deutsch. Muss man einfach sagen. Also deswegen überspringe ich das jetzt einfach. Nicht falsch verstehen, aber ich glaube, ich langweile euch damit. Ich langweile euch nur so damit. So, hold cool to track, okay. Okay, krass. Wirklich cool gemacht, das Spiel, also. Go to Briggs' Apartment. Moment, ist irgendwo hier drüben. Ich hoffe, dass wir da unproblematisch hinkommen. Ohne dass wir uns irgendwelche Gedanken machen müssen oder so. Ihr kennt das, ja? Ah, das ist ein Penner. Ein Obdachloser. Wie schnell bist du hier hingekommen? Der ist voll schnell rübergekommen, oder? Jetzt mal ehrlich. So, wir müssen hier rein. Enter the building. Machen wir. Sehr gerne. Apartment 21. Apartment 21. Ich denke, wir können nach oben dann. Das ist 19. Hier müssen wir rein, glaube ich. Klopfen wir mal. Tack, tack, tack. Ich denke, wir können nach oben gehen. Robocop. Du bist hier über Mike? Ja, ich bin entschuldig, dass du bist. Das ist mein Mann. Haben Sie mich noch etwas näher zu finden, meinen Mann zu finden? Wir schauen immer noch. Ist es noch etwas mehr, das du mir über seine Erinnerung erzählst? Ich habe bereits gepostet, was ich weiß, aber wenn du noch weitere Fragen hast, schiebt es. Hmm... Fragen wir mal ein paar Sachen hier, ein paar Kleinigkeiten. Was weißt du über seinen letzten Fall? Ich habe gehört, dass er gepostet hat, dass die Körper verloren geht. Eine alte Frau hat ihn in der Präzinkt und ihm eine Sob-Storie über die, wie sie nicht erlauben konnte, seinen Mann zu verraten. Kannst du das glauben? Insofern, als sie endlich genug Geld erzeugte und zurück nach der Morgue fiel, nur um zu finden, dass sie ihren Mann zu verraten haben, Mike ging es um ihn zu schauen und kam nie zurück. Hmm... Ist Pickles involviert, dieser Typ, den wir gerade kennengelernt haben? Warum glaubst du, dass Pickles involviert ist in deinem Mann zu verraten? Mein Mann ist ein guter Mann. Manchmal sehr gut für seine eigene Sache. Er glaubt in second chances, selbst wenn jemand nicht erlaubt ihn. Wie Pickles. Das unappreciative... ...asshole... ...konsten wird sich immer in Probleme. Ich meine, wer ist immer da, um ihn zu holen? Du hast es. Sword of the Earth, Mike. Pickles hat einen schlechten Influenz auf meinen Mann. Okay. Leave, leave, leave. Ciao. Ich glaube, ich habe alles, was ich für heute brauchen. Wissen, dass du auf der Fall bist, macht mich ein bisschen weniger nervös, Robocop. Jetzt muss ich es nur für unseren Sohn ausbrechen. Er weiß nicht. Ich wusste nicht, wie ihn zu sagen. Er ist ein smarter Kind und ich glaube, er etwas zu verraten. Kannst du vielleicht sagen, ihn zu Hause kommen? Zu Hause? Es wird kalt. Und die Straßen sind diese Tage nicht sicher. Er ist normalerweise schlafen, aber... ...having dich zu sagen, sollte... ...ein Feuer in seinen Bränden... Ich werde sicher sein, dass er nach Hause zurückkommt, Madame. Danke. Er spielt auf dem Basketballcourt, mit seinen Freunden. Das ist wirklich richtig, richtig geil, dass sie so Open World haben. Gehen wir mal raus. Ab zum Basketballplatz. Wirklich geil gemacht. Das ist wirklich gut. Das Spiel ist... Es hat so viel Potenzial. Und ich muss sagen, es erinnert mich tatsächlich... Sorry, ich kann jetzt einfach, glaube ich, zwischenreden, oder? Es... Es erinnert mich wirklich sehr, sehr krass an... ...an Cyberpunk irgendwie. Keine Ahnung warum. Ich frag mich nicht warum. Nur halt auf jeden Fall besser. So, erzähl mal. So, erzähl mal. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Oh, bro. Sorry. Äh... Your conduct is unbecoming of athlete. Richtig mobbing hier teilweise. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. You'll love it. Geil. I see a couple of drawings over there. Ja, wir gehen mal rüber. Geil. Boah, sieht so geil aus, ne? Hell. Die Hölle. Das sieht wirklich geil aus, ey. Bombenspiel, wirklich. Dann gehen wir mal rüber. Was ist hier los? Hier müssen wir doch rüber, oder? Open the gate. Also öffnen wir das Tor. Oh, oh. Sag mir nicht, die sind gefangen oder so. Hier müssen wir wohl irgendwie irgendwas... ...interagieren. Daniel. Come on, kid. Where are you? You should be somewhere around. Da, hier auf dem Boden. Hier. Was denn hier passiert? Hier ist Öl. Einfach nur Öl. Hier. Hier ist auch was. Seht ihr das? Also irgendjemand ist hier langgegangen. Warte mal, hier ist auch irgendwas. Schau mir jetzt alles an. No clue. Blablabla. Keine Ahnung. Das ist ja richtig geil. Wir haben so eine Detektivsicht. Richtig geil gemacht. Was ist da oben? Nein. Es ist lockt. Sie kamen nicht rein. Hier gibt es noch mehr Freunde. Hier ist auch wieder irgendwelche Schuhspuren. Einige haben hier nach hinten geführt. Wir müssen auch mal gucken, was sind das für Wege. Das würde mich mal interessieren. Kann man hier durch? Einmal tschüss beiseite. Oh, komm. Weg damit. Wir suchen weiter. Okay, irgendwelche Leute schießen hier. Was zur Hölle? Irgendjemand hat geschossen, oder? Ich glaube schon. Mal gucken, was jetzt passiert. Was ist das eine Schuh? Oh, du bist in so viel trouble, kid. Nein, das ist nicht... Whoa! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was ist das? Ich glaube, das Tin-Man hier nicht hat einen realen Schuh. Er hat eine Schuh in es. Entschuldigung, Herr. Du wirst. 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 Hey. Ihnen. Ihnen. Du wirst. Wenn ich hin... Schuhgern will! Sam oder Schuhgern will! Hm. Nein, Fer. Diern-Bist. Das sind Slawgern. Was zum Teufel? 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 mit einer Warnung. Right? Right. Es ist late. Wir holen dich nach Hause. Will du meine Mutter über die Warnung? Nein, sie schon nicht mag ich. Danke für die Hilfe, Chin-Man. Ich hab dich später. Krass. Time to repent. Let's go, Freunde. Anna Leavis oder Levi's oder wie die heißt. Diese Hosenmarke Levi's. Die Frau ist cool drauf, muss ich sagen. Das ist mega cool, dass Robocop so eine Verantwortungsrolle bekommt, dieser Cop zu sein, der die ganze City quasi safen soll. Passiert zwar nicht immer, aber trotzdem. Finde ich mega cool. Und noch einmal, wir sind ja Deutsch. Das heißt, uns fehlt halt einfach die deutsche Sprache hier. Das Game darf auf gar keinen Fall auf Englisch nur erscheinen. Das wäre richtig traurig. Ich würde gerne fahren. This is the end of the main quest in the demo. Thank you for playing. You can still explore the city and complete side quests. Cool. Krass. Okay. Das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe, Freunde. Das ist dann das Ende der Demo, Freunde. Und ich möchte mich natürlich bei euch herzlich bedanken, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Ein wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Mit sehr, sehr viel Potenzial. 100 Prozent. Das ist richtig, richtig gut. Und wenn ihr Robocop-Fans seid oder ansatzweise ein bisschen das Gameplay gefeiert habt, dann solltet ihr das Game auf jeden Fall euch holen. 100 Prozent. Weil das ist wirklich gut gelungen. Und wie gesagt, ich hoffe, dann wird das alles nochmal um einiges toppen. Wenn das Game einfach nur eine deutsche Synchronisierung bekommt. Wenn die Synchronisierung auf Deutsch passiert, das wäre richtig, richtig gut. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Mit so Stimmen wird das nochmal eine heftige Atmosphäre haben. Und etwas mehr Musik wäre auch gut. Das ist so ein bisschen sehr leicht monoton gehalten. Also nicht vom Gameplay, aber von der Musik her. Man hört zu wenig Musik. Das wäre gut gewesen. Weil das die Stimmung der Stadt nochmal ein bisschen mehr hervorheben würde. Weil guckt euch das mal an, wie heftig das aussieht. Das sieht wirklich krass gut aus. Muss man wirklich sagen. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Und das für eine Demo ist wirklich krass. Okay. Haut rein. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank. Und bis dahin. Bye.